Bitte, Sie haben sich gemeldet. Frau Präsidentin, der Kollege Romeva hat gesagt, die Pamphlete, die hier präsentiert werden, mir ist es egal, Sie können noch 20 Pamphlete bringen, das beeindruckt mich nicht. Aber ich verwahre mich dagegen, dass Sie Ihre miserablen Pamphlete mit meinem Hochheitsabzeichen meines Landes, das gesetzlich, verfassungsgesetzlich geschützt ist, gleichsetzen. Dieses Hochheitsabzeichen steht dort vorne, steht für die nationale Souveränität meines Landes und ich verwahre mich dagegen, dass Sie Ihre dreckigen Pamphlete mit meiner Flagge meines Landes gleichsetzen. Merci, nous en prenons bonne note. Vielen Dank, das nehmen wir zur Kenntnis. Herr Mayer, eine Minute 30 Sekunden.